servus zusammen und willkommen zu einer neuen folge unserer schönen beliebten serie friday feierabend play in division 2 wir wollen auch heute wieder mal loslegen und ein bisschen hier zum feierabend hin hier am freitagabend mal ein stündchen um die häuser ziehen hier in new york und ein bisschen wie immer für recht und ordnung sorgen okay lasst uns mal schauen was wir heute hier auf dem plan haben und ich denke wir machen erst mal einen kleinen kopfgeld einsatz mal schauen was hier dabei rumkommt den aktivieren wir nicht ja und dann legen wir einfach mal los und schauen was der tag uns bringt gut so ja da vorne ist schon wieder was los diese richtung da schießt jemand auf uns nene freunde oh ja und da kommt jetzt auch noch einer so ich bin jetzt mal gespannt ob er jetzt die direktiven die ich ja angewählt hatte hier von wegen augenblick was war es noch mal was haben wir noch mal für direktiven äh tack 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 globale einstellungen hier ändern der globalen direktiven natürlich nebel des krieges und spezial munition ich bin jetzt mal gespannt ob das die jetzt hier er frisst aber zumindest ja ich sehe nicht was hinter mir passiert oh ja da vorne ist wieder was da wird es jetzt doch heute ein bisschen schwieriger hinzukommen zu unserem kopf geld so resorben kommt okay und hinter mir ist auch einer irgendwas ist hinter mir so ja sehr schön so da lassen wir mal dröhnchen hier die arbeit mal verrichten so haben wir es jetzt erledigt haben wir es jetzt und da holen wir uns ein bisschen raketen munition und sehr schön ressourcen konvoi abgefangen und jetzt mal hier zu den kollegen kopf geld nichts rum elf minütchen haben wir noch ich hoffe das schaffen wir naja sollte ja auch keine weltreise jetzt sein aber wir müssen jetzt ein kleines bisschen aufpassen wer uns so alles in die quere kommt äh okay wer soll denn da lang gut ja und das links das lassen wir mal lieber außen vor wir können uns das gleich mal hier in die zwei kollegen aus dem kopf geld sehr schön von feinden bewachter ort erkannt jetzt gedenkt da kommen wir nicht hin da schön aufs autodach ok so von hinten kommen auch noch welche oder nicht oder doch ja da scheint sich aber unsere drohne drum zu kümmern so ja besser du kehrst um ach ja da oben ist auch einer sehr schön die hätten wir von der frücke geholt so da hinten war noch was zu mitnehmen munition und zusatz bewaffnung ok wo müssen wir lang da müssen wir lang so wobei jetzt wirklich die frage ist wo jetzt genau müssen wir da irgendwo rein müssen wir da irgendwo hoch ich bin jetzt ein kleines ja mit denen da drüben agent fordert verstärkung an nee die sind die gehören nicht zu uns ah da da versuchen wir mal hoch zu kommen sehr schön ach ja oh 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 das ist das ziel agent so ist hier noch irgendwas oh ja ja müssen wir uns erstmal hier ein bisschen sortieren weil wie gesagt wer uns jetzt alles hier in die füße läuft bisschen vorsichtig erstmal ein bisschen aufräumen nicht die die sie für sie 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 Ja, immer draufhalten. Oh je, jetzt sind wir weg. Ich gehe seitlich rum. Ziel erledigt. Gute Arbeit. Okay. Das ist ihr Ziel. Rote Verteidigerdrohne entdeckt. Feindliche Verteidigerdrohne entdeckt. Jo, was man hier alles entdeckt. Auf den Dächern von New York. Oh ja, das wird nichts. Positionswechsel. Oh, können wir hier Munition auftanken? Sehr schön. Ich hole mir die Bastarde von der Seite. Komm hoch. Sehr schön. So gefällt mir das. Wunderbar. Wunderbar. Schön, schön. Und so, da hinten beschäftigt die Drohne den Kollegen. Ankel. Ah ja, den müssen wir ja auch noch killen. Sie haben das Ziel erwischt. Gut gemacht. Danke sehr. Das hört man gerne. Wir säubern die Straßen. Eine Arschgeige nach der anderen. Gut gemacht, Sheriff. Danke, danke, danke. Gerne wieder. So. Dröhnchen packen wir wieder ein. Oh, ja. So, was haben wir denn da? Chamäleon, Karabiner. So, wie viel Platz haben wir denn noch? Ja, brauchen wir eigentlich nicht. Brauchen wir eigentlich nicht. Gut, gut, gut. Wie auch immer. Das Material haben wir ja alles schon. Gut. Dann schauen wir mal nach diesem kleinen Kopfgeld. Das war als nächstes, wenn wir ja schon der Nähe sind, vielleicht den Kontrollpunkt machen. Da werden sich ja unsere Kollegen freuen. So, nee, da können wir da hoch. Bup, zack. Sehr schön. So. Da geht's runter. Und dann schnappen wir uns mal den Kontrollpunkt. Ich glaube, da vorne ist er schon, oder? 190 Meter. Oh, ja, da kommen schon welche. Ja. Wieder mal für unser Geschütz eine gute Position. So, hinter uns scheint was zu sein. Oder? Ja, die können wir mal hier ranholen. Viel fein, viel er. Ihr wisst es ja. Oh, da scheint... Oh, 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 oh. Oh, ja. Nee, nee, Freunde. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen. So, treiben sich noch welche Halunken rum hier. Gut, sehr schön. So, da hätten wir hier mal einen Buschen aufgeräumt. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht plötzlich von hinten aufgerollt wird. So, was gibt's hier? Gibt's hier was? Wenn wir hier hoch können. Hm. Naja, nichts Besonderes. So. Naja, wenn wir schon am Einsammeln sind. So, ich glaube... Ich glaube, ich glaube, ich glaube geradeaus, oder? Jo, da geht's ab. Da geht's ab. Da geht's ab. Da geht's ab. Ah, nee, links ist der Kontrollpunkt. So, und weg, S. Dann müssen wir uns das Ganze aber erstmal ein bisschen anschauen. Oh, ja. Okay. Oh, Spezialmunition mit Sicherheit. Hät mir doch beinahe den Garaus gemacht. Okay. Lass mal wieder das Geschütz einsammeln. Äh, nein. Doch, ja. Das könnte jetzt interessant werden. Verstärkung trifft ein. So, wo sind die Buben? Ach, du Schande. So, ich habe den Garten ab. So. so ach von hinten kommt auch wieder was aber ist aber glaube ich meine verstärkung vielleicht sollte ich denen erstmal helfen damit die sich hier auch ein bisschen einmischen können so wo seid ihr da sind sie oh ja so so da hinten naja okay schauen wir mal erstmal hier rum und der muss erstmal weg hier gut dann können wir uns jetzt um den kontrollpunkt kümmern mit der verstärkung im gepäck würde ich doch mal sagen hier auf auf die barrikaden links ist frei rechts ist hoffentlich auch frei ja muss meine kollegen hier helfen hier muss man auch erst mal ein bisschen helfen so den hier mal aus dem spiel nehmen da oben läuft einer oh ne ne das ist nicht gut nicht in die nähe von einem gas von einer gasflasche so brauchen wir noch jemanden das ist keine munition mehr ach du schande so dann mal da lang na zum glück haben wir unser maschinengewehrchen so da oben sind auch welche jemand mal mit dem blick nach hinten oh schweige verwundung entdeckt oha da hat einer da muss ich ein bisschen aufpassen dann zack na 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 kommt schon hoch so der da unten noch ein bisschen sorgen den müssen wir nicht realisieren aber jetzt aber glaube ich kein schild mehr jetzt brauchen unbedingt die politik kontakte ja das dachte ich mir das bleibt hier nicht aus munition 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 so da sind sie nicht mit ihr welchen mit ihr schade zu früh zu früh die gasflasche so da kommt wieder jemand da kommt noch mehr kanonenfutter ups wir geraten unter feuer oha oha schwer gepanzerter feind ja wir mussten den rück frei halten. Ich habe so das Gefühl, dass ich euch den Rücken frei halte. Ah, dieses Schild da. Nee, das ist nicht so gut. Da haben wir keine Deckung. Da kommen wir aber hoch. So, da haben wir Deckung. Ach was, jetzt haben wir hier auch keine Munition mehr. So, jetzt muss ich aber mal gucken, wo ist hier die Munition zum Aufladen? Wir brauchen Munition. Wo ist eine Munitionskiste? Ein Königreich für eine Munitionskiste. Oh je, oh je. Ah, hier. Gut, dann sind wir ja wieder im Spiel. Ach, schade. Jetzt ist er da hinten. Zack. Gehen wir hier lang. Okay. Sehr schön. Dann haben wir ja das Tor eingenommen. Sauber, sehr gut. Das gibt ein paar Gummipunkte. So, mal schauen, was hier alles rumliegt. Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. Okay. Schubidubidu. Genau, so sehe ich das auch. Verschwende keine Munition. Wo balliert ihr denn hin? Ach, da hinten sind wieder welche. Gut. Gut. Na gut, als wenn es so ist. Ne, da kommen wir hier rüber hoch. Zack. 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 Ein bisschen hier uncharted. Oh, die sind jetzt schon wieder drin. Und da kommen auch welche. Okay. Wir kommen aber auch nicht mal dazu, ein bisschen Luft zu holen hier. So. Ne. 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 Gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, hier gibt es noch ein bisschen was zum Einsammeln. Kontrollpunktoffizier, den wollen wir natürlich auch kurz sprechen, denn wir haben Nachschub. Hallo, Leute. Leute. Ihr könnt ruhig mal die Waffen wieder runternehmen. Eigentlich würde ich mich gerne mal mit ihr unterhalten. Servus. Hallo. Hallo. Genau, so sehe ich das auch. Ja, wie jetzt? Hallöle. Servus. Ich grüße. Na. So, jetzt. Ja, also, geht doch. So, was braucht ihr? Wieder nur vom Feinsten. Okay. Vielen Dank. Gern geschehen. War mir eine Freude. So. Da drüben gibt es noch ein bisschen Munition. Unsere Drohne können wir jetzt auch wieder einpacken. Äh, zack. So, wir müssen noch, da geht es hoch, mal in den Vorratsraum einen Blick reinwerfen. was wir uns denn da feines verdient haben für heute. So. Okay. 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 So. Gut. Knut. Da drüben gibt es noch ein bisschen. Kleinteile. Kohle Faser. So, die Kollegen leuchten hier und patrouillieren. Dann wollen wir mal schauen, wo wir jetzt noch ein bisschen was abgreifen können. Aha. So. Dann schnappen wir uns den Kontrollpunkt auch noch. Zack. Aber zuvor mal ganz kurz auf die Uhr geschaut. Was gibt es da? Bup, bup. Munitionskapazität. Gut. Das andere können wir uns erst mal sparen. Ach so. Da wollte ich noch was schauen. 129. Gut. Na. So, dann mal zum nächsten Kontrollpunkt und den Jungs und Mädels hier ein bisschen geholfen. Ein bisschen unter die Arme gegriffen. Verbündeter Kontrollpunkt entdeckt. So, da ist ja auch noch was. So, das ist hier hinterm Gebäude. Das ist in der Nebenstraße. Wir machen uns zur City Hall. So, da gibt es auch wieder ein bisschen Material zu mitnehmen. Nahrung. Und da vorne laufen wieder die Kollegen. Von Feinden bewachter Ort erkannt. Oh ja. Oh ja. Okay. Okay. Da dürfen wir uns halt einfach so ins Getümmel werfen. Der gehört. Verteilen. Bereich der Kunden. Auf weiterer Planeten. Okay. 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 Das ist ein bisschen Na ja, lieber mal ein bisschen unter, nee, überschätzen als unterschätzen. Vorsichtig ist die Mutter der Porzellankiste. Ich könnte ein paar mehr Granaten gebrauchen hier von meinen Granatwerfern. Beziehungsweise meinen Raketenwerfer oder wie auch immer das Ding hier heißt. Auf jeden Fall macht es richtig Fun und Laune. Was haben wir denn da oben eigentlich? Rechte ich da schon? Schubidubidu. Ach du Schande. Okay. Und was haben wir hier? Haben wir hier irgendwas? Schick. Schick. Irgendwas ist doch hier und fliegt herum. So, dann nehmen wir das wieder mit. Und weiter geht's. Und immer schön die Augen offen halten. Ohne Radar. Da muss man immer ein bisschen wachsamer sein. So. Unter der Brücke durch. Schick. Hab ich jemals gehört? Nein. Oh, doch da sind sie. Da sind sie. Da sind sie. Mal kurz geschaut. Gut. Okay. Sieht machbar aus. Gut. So, jetzt aber da hoch. und zügig zum Kontrollpunkt. Zur City Hall. Jupp. So, da unten ist was. Wollen wir uns da einmischen? Ah ja, da ist eine Patrouille. Ja, aber das macht keinen Sinn. So. Aber wer ist das nicht? Servus, Freunde. Äh, ja. Ah, ja. Die Dinge klar sehen. Oh, Aaron Kino. Totaler Bullshit. Die halten uns für austauschbar. Ich verstehe, was du meinst. Na klar. Bevor du aktiviert wurdest, warst du sicher so ein Arschloch mit einem teuren Auto, einem Gelände in den Hamptons und einem fetten Apartment mit Sicht auf den Central Park. So einer war ich nie. Ich hatte ein Studio in Soho. Das hatte ich schon, als ich nach New York gezogen bin. Aber du hast mindestens 100.000 Dollar im Jahr gemacht, oder? Das Geld war egal. Es ging um die Kontrolle über die Leute mit dem Geld. Ich konnte einen Milliardär dazu bringen, in eine kleine Firma zu investieren, eine Stadt zu retten und eine Briefkastenfirma dicht zu machen. Mann, das war alles so verdorben. Da haben Kriminelle Kriminelle beschützt. Jetzt kann man sehen, was die Leute wirklich wert sind. Ja, das stimmt. Schicke Frisur. Lady. So, jetzt muss ich mir ein bisschen Gedanken machen. Wo sortiere ich mich ein? So, sie ist weg. So, ist das schon die City Hall? Das müsste schon die City Hall sein. Also, dann sind wir ja schon mittendrin. Im Spaß. Dann müssen wir schauen, dass wir dicht genug herankommen, um unsere Verstärkung zu rufen. So, reicht noch nicht. Okay, jetzt reicht's. Und. So, wie weit sind sie? Oh je, zwei Kilometer. Ich fass es nicht. Sieht ihr noch beim Mittagessen, oder was? Da muss ich ein bisschen aufpassen, dass keiner hier von links... Okay. Oh, da sind wir. Oh, oh, oh. Nee, nee, Freunde. Nee, nee, Freunde. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. dass die Verstärkung hier uns nicht umgeht. So wie er hier. So, und ich hoffe, dass von da auch keiner kommt. Oh ja. Ah, da hinten kommt die Verstärkung. Sehr gut. Sehr gut. Extra prima, gut, Sir. Und weg mit dir. Ich halte euch die Flanke frei. Die Flanke frei. Sehr gut. Ah, was war das hier? Aha. So. Schnell gepalzerter Feind erkannt. Oh, je. Oh, da bringen wir uns lieber besser in eine bessere Position. Oh, da hinten sind auch welche. Dann lieber da lang. Wir können uns nicht an zwei Fronten gleichzeitig verteidigen. Das wird nicht funktionieren. Also schauen wir, dass wir hier ein bisschen Platz machen. So, die anderen bleiben auch da. Dann gehen wir hier durch. Oh. Ah ja. Da hat er gedacht, er stellt sich ein Geschütz hin, hä? Nee, 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 mein Freund. So, die Frage ist nur, von wo nähern die sich? Wir nähern uns auf jeden Fall von hier. Geschütz positionieren. Und schauen, ob hinter uns... Ach, da hinten kommt was. Ja. Ja, okay. Okay. Dann gehen wir jetzt erstmal zur City Hall. Oh, nee, die gehört sonst. So, die da hinten werden beschäftigt durch unser Geschütz. Das ist gut. Dann lassen wir mal die Drohne wieder raus. So, dann räumen wir hier auf der linken Seite mal ein bisschen auf. Ja, nee, glaube ich nicht. Du musst nicht woanders hin. Ach ja, das Leben kann schon eines der härtesten sein. Sehr gut. Oh ja. Wie, schon wieder? Kommen die von da? So. Gehen wir mal kurz nach hinten schauen. Ja, das macht mir nie Freude hier, wenn es immer heißt nähern, sich nähern der Feinde. Aber erstmal nie, von wo sie sich nähern. So. Von wo kommen sie? Ah ja, sie scheinen von dort zu kommen. Haben wir Raketen? Ja. 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 Okay. Oh. Hat aber Dröhnchen gut aufgepasst, dass einer versucht hat, uns zu umgehen. was ist da? Ah, die Brunie ist halt schon Gold wert. So. Lass mal mit der Granate hier den Kollegen aus dem Versteck holen. Schwer gepasselter Fall erkannt. Okay. So, dann werden wir hier jetzt erstmal wieder unser Geschütz ausstellen. Und wo kommt der schwer gepanzerte Feind? Links oder rechts? Das Beckenbauer einst nicht frucht, wohin hat das runde Leder flanken sollte. So, es ist wohl rechts. Ups. Ups. So, da ist ein Pfeil. So, geht uns wieder die Munition aus. Und den hätten wir wohl neutralisiert. Nein, 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 hier muss niemand weg. Alle bleiben hier. So, wie war's? Seht ihr die heute schon eingenommen? Okay. So, dele. Okay, da gibt's nochmal ein bisschen Material. Ein Ressourcenkonvoi bringt uns auch nochmal ein paar Gummipünktchen. Sehr schön, sehr schön. Hier meine geliebten Raketen. Noch ein bisschen Uhrenaufstieg. Ja, dann nehmen wir auch mal mit. Aussortiert wird später. So, nochmal hier das ganze Gelände ablaufen. Okay, haben wir noch irgendwas? Den Kontrollpunkt-Officer, natürlich. Ich hoffe, dass wir in der Zwischenzeit wieder ein bisschen eingesammelt haben. Nahrung, Wasser und so weiter. Damit wir ihr eine kleine Freude bereiten können. sehr gut. Dann holen wir uns noch ein bisschen Munition. So, und von hier oben haben wir eine richtig wunderschöne Aussicht zum Feierabend hin. Nochmal einen kurzen Blick auf New York geworfen. Jo, dann haben wir ja heute wieder richtig was geleistet und mal hier wieder richtig für Stimmung und Party gesorgt und gezeigt, wo hier der Bottle der Mosch holt. Also, ich darf mich recht herzlich bei euch bedanken fürs Zusehen heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei der ganzen Sache. Wenn ihr das ein bisschen unterstützen wollt, dann darf ich mich auch recht herzlich bei allen Neuabundenten hier bei mir auf dem Kanal bedanken mit einem kleinen Tänzchen. Und würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, nämlich bei uns am Friday Feierabend Play. Nächsten Freitag wieder 20 Uhr hier auf dem Kanal bei mir, beim Baden Farmer. Ich sage wie immer, Tschüss, Tschadjirio, bis zum nächsten Mal. Tschüss.